Mama. Was ist das denn hier für ein Schwachlein? Er geht nicht weiter. Ne, hab ich jetzt... Hilfe! Helft mir doch jemand. Er ist ein Klobürste, Leute, das hat mir doch nicht. Was hat der Junge da alles in seinem Kleiderschrank? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute, ganz ehrlich. Muss sich jemand irgendwo hinstellen und mir sagen, wo. Der hat ein Nintendo 64 gebaut. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da hinten. Der hat ein Nintendo 64 gebaut. Ach, guck mal, da hinten. Also soll man da denn drauf kommen? Wo hat er ein Nintendo 64 gebaut? Mit Sessel. Das ist ein Nintendo 64-Controller. Nintendo 64. Wo bist du? Hier. Ach, mein Gott. Wo, 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 wo. Da oben, in der Ecke. Das ist eine Gitarre. Oder ein Bass. Das ist ein Bass. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Boah, ich will diesen N64 haben. Ne, das sieht eher einander schwarz in Les Paul raus. Ja, dein Mann. Ich darf Les Paul sind die Götze. Nein. Kann nur noch Stunden dauern. Spinnenleben. Böse. Scharf. Soll ich dich helfen? Ja, ich bin rausgekommen. Bist du jetzt endlich unten? Nein, auf halbem Weg. Ich geh mal in den Schrank gucken, was da so gibt. Mach mal. Nee, da ist ein Kürbis. Da unten ist einer. Ach, da ist noch einer. Kürbis. Ups, Salat. Dahin. Ach, da ist ein Spinnenleben. Juh. Aua. Ey, der schlägt mich. Ich wollte nur helfen. Hör mal auf, du Spinner. Was ist das? Ich schaffe das auch ohne deine Motherfucker Hilfe. Boah, close one. Nein. Ah. Jetzt bin ich überhaupt nicht der Bentschner mehr verprobt. Juhu. Jetzt muss ich hier herunter können, ne? Wo ist der N64? Hier. Da unten ist es in der Ecke. Da will ich nicht ganz hin. Ich guck's mir in der Aufnahme an. Ich guck's mir jetzt, Alter. Faules Stück. Ha, scheiß drauf. Wuhu. Er ist da. Was ist das denn hier? Es. Karl, hier ist impossible. Geh mal. Geh mal rein und guck dir das an. Hey, geh mal hier hin. Da steht impossible. Guck mal, was das ist. Geh mal gucken jetzt. Alter, der fällt nicht runter. Wenn meine Schriftgegriffen fällt. Ja, dann halt. Ach, dann. Alles auf bloß. Komm, fahr da runter. Dann mach ich, ne, ich mach's auch nicht. Ich spiel. Okay. Und, was ist da? Nichts. Hammer, nice. Ruhe. Oh, da waren zwei. Geh da weg. Wie, es geht schon weiter. Das ist der Finalsprung. Einfach mal auf den Sprung. Das sieht voll episch aus. Boah, das sieht krass aus. Alter. Nein, nur dann fail ich den einfachen Sprung, oder was? Erstmal drauf gehen. Krass, der Scheiße. Das sieht echt geil aus. Tod. Och, Mann. Zähl mal einer den Deathcounter für mich mit, bitte. Ich darf dich jetzt schon verreckt werden. Ich kann nur bis 13. Alter, hör auf. Geh mit, denn. Ich seh, behindert zu sein. Oh, was hat das denn? Voll der Lecker, hast du? Aber ich muss unbedingt weiter nach vorne. Nein! Also, vielleicht sollte ich ein bisschen Adventure-Map trainieren. Was sagt er? Jetzt, jetzt mach ich das! Ja! Nein! Nein! Du Aff. Oh, jetzt sind toll. Aber das hier sieht ja mal eben geil aus. Was? Ich will sehen, lass mich sehen! Ja, wo bist du denn? Komm mal, ich bin auf dem Weg! Schneller! Golden Apples. Ah, der liegt ja der Leiste drüber, die Golden Apples. Babel. Ist da ein Fenster drin? Nein. Ich muss mal runterspüren. So. Boah, ist das denn mal Fucker! Versteht ihr? Buga de Toilette. La Couse. Wo seid ihr denn? Das hier. Das hier an der Seite ist Enderportal. Da müssen wir drin bleiben. Wo in der Seite? Da? Wie das hier. What the fuck? Das ist ein Netherportal. Hä, das bringt doch nichts, wenn ich drin bleibe, bin ich ja trotzdem tot. Ja, auf jeden Fall ist ein langer Epoch durch sein. Ach, damit er mich portet, oder was? Und wo geht's da lang? Ja, hier müssen wir durch, hier müssen wir durch. Ja, was ist denn das mit dem Enderding? Was ist das Schwachsinn? Ach, das ist genau das Gleiche. Nee, nee, mein Blatt nicht. Nein! Das war so knapp, ey. Das war echt knapp. Das ist so hardcore. Das war so knapp, wenn ich da komme. Scheiße! Oh, letzten Moment, ey. Ich muss einen Strick zurückgehen. Ah, okay. Man muss von da aus drin bleiben. Ah, okay. Alter, sieht das fett aus. Nein! Alter, da ist ein Herz. Scheiße, ich stand im Nether und hab... Ich bin trotzdem böse. Alter, wie krass ist das denn? Der hat ein Herz nachgebaut. Ey, wie unfair ist das? Ich bin hier im Nether und bin tot. Das ist mir auch passiert. Das ist doch ehrlich. Der hat ein Herz nachgebaut. Och, Mann, das ist doch kacke. Okay, wenn das das Geräusch macht, muss ich nach links. War schon wieder nicht geschafft, ey. Mann. Alter. Du bist doch überhaupt nicht witzig, du Homo. Bei mir schwebst du in der Luft. Ja, und? Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist doch hier alles gut geworden, Flo. Ach, nein, Fisch. Nein, Fisch, Mama. Hör auf, warum zu fliegen. Ich flieg doch gar nicht. Alter, mit der in den letzten Sekunden mich an die Seite schrinkt, ne? Ja. Der ist nicht mehr. Seid ihr schon beide wieder durch? Ja. Leckt mich doch schon wieder nicht geschafft. Ich krieg das nicht gebacken. Genau wie den Nether gerade. Ich schaff das noch. Ich schaff das. What the, what the, what the? Ich seh gar nichts. Ich seh nichts. Was, das gibt's nicht. Ach so. Fick doch die Oma, ey. Kann jetzt nicht im Boden gespawnt werden. Dankeschön. What the fuck? Ja, okay, da sieht man das Herz. Du, du wettest alles. Ah, das ist... Ah. Alter, der portet mich. Hey, ich bin in den Messer gelandet. Alter, ey. Witzig, ey. Hi. Hi. Was gibt's da hinten? Ein Herz. Toll, wie alles rot ist. Tatsächlich. Hammer, nice. Warum ist da Wasser? Ich geh mal auf die Treppkarte da drauf. Wer macht denn hier Feuer? Flo. Ich? Nee. Lass mich wenigstens... Aua. Hä? Wo bist du? Du. Ich bin's nur. Lass mich durch. Musst du ja durch den Messer wieder raus? Warum kannst du mich schlafen? Schlagen ich dich aber nicht. Haha, wenn ich Irrn-Bassanji bin. Bin ich. Okay, es geht wieder. Oh, Alter, was ist das denn? Fast zum... Okay, nicht schlagen, Leute. Nicht schlagen, nicht schlagen. Nee. Aber hier geht's gar nicht weiter. Wir müssen... Nee, wir müssen uns wegporten. Das ist mir wieder durch den Messer. Alter, sieht das... Oh, krass. Boah, guck mal nach oben. Und schräg nach oben. Alter, wie geil das aussieht. Das sieht ja mal richtig Pony und sowas. Hammergeil. Ach, du Kacke. Boah, ich bin schon oben. Boah, ist das geil. Ich glaube, komm, dass du die ganze... ... mit der Einzelne gesetzt hast. Ich weiß nicht, was heißt Retou? Achso, Retou heißt es? Hammer. Ich hab's grad voll durch die Wand gelaufen. Was zum... Level 16, sang. Nur, dann hast du gesehen. Welchen Schalter? Wo habt ihr den gedrückt? Alter, leck mich doch. Was? Der fällt in den Schildern. So. Haha, fällt da. Okay. Oh, auch schon. Oh, oh. Alter, das... Alter, ich bin direkt ab erster... Oh, die Kulostung, verreckt. Also, ich hab' geschasst. Du bist so ein Mungo, ne? Ist das hier Cholesterine-Blut-Körper-Körper-Körper? Alter, wow! Alter, geht gar nicht. Was ist das? Ja, toll, kriegen wir uns auch durch. Na, klar. Ey, ist doch ein Witz. Toll, ich hätte nach rechts blicken sollen. Das sieht ja mal richtig geil aus hier. Oh, 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 oh. Juhu! Boah, fette. Blutbahn, sagst du? Ich glaube, wir müssen hier lassen. Hier sind viele Fackeln. Sieht nach Ende raus. Hey, da oben ist ne Truhe, da oben ist ne Truhe, mit einem Diamanten. Mieterundkehr. Game over. Und verschissen. Boah, alter, fett hier. Das ist französisch. Das ist auch französisch. Hier ist noch ein extra Level. Game over steht da. Was steht denn hier? Hier ist noch ein extra Level. Will this one adventure map? Ach, das ist vorbei, oder was? Was ist das denn? Will you beat this? Alter, ich will mal vollkirre. Boah. Alter. Das geht noch weiter. Lol. Das ist so ne Art endloser Fall. Ach, du meinst es nicht. Tatsächlich ist ein Port da drin. Hast du das gesehen? Ja. Da ist ein Port. Was passiert, wenn ich an die Seite gehe? Ne, ist doch nicht. Hat er geschafft. Ich auch. Geil. Guck mal. Wie heißt das Spiel denn noch? Wie heißt das, wo die verschiedenen Ufos sind? Ach, Space Invaders. Space Invaders ist ja noch gar nicht gesehen. Alter, ist ja wieder durchgekommen. Hallo, to play. Wir sind einmal voll da. Das ist ganz schön kniffig. Ja, ich bin doch nicht. Lügt doch nicht. Ich bin hier. Tatsächlich. Ein Scheunchen. Das war die Adventure Map. Das oder was? Denke ich schon. Oh, geil. Hast du die noch mit dem Dropbox 2? Auch noch? Ja, machen wir das auch mal irgendwie. Ja, ja. Ja, gut. Damit würde ich sagen, Aufnahme vorbei. Passt schon. Soll ich mich mal ver... Ja. Dann ist es vorbei, Leute. Space Invaders ist cool. Vielleicht das nächste Mal endlich mal auf ne vernünftige Sprache. Und nicht auf Franzländisch. Eiffel-Dürm, der Frosch-Schenkel. Ein's Maul. Ja, Französisch muss halt einfach sein, ne? Ich bin ja noch am liebsten bei dir. Boah, Gwen! Ja, ich würde sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Beste!